Ja hallo, heute melde ich mich wieder mal von mir zu Hause. Wir haben heute eine kleine Besonderheit. Wir tun heute Schabmacher. Schab gibt es heute eigentlich nirgends mehr. Das sind im Prinzip früher als Stoffzügel verwendet worden bei einem Strohdach. Und mein Vater und mein Großvater kennen das noch. Und die werden mir jetzt einfach mal ein bisschen über die Schulter schauen. Und das werden wir euch heute zeigen. Bei mir ist heute die ganze Familie daheim. Also große Feierlichkeit. Und schauen wir mal. So, da haben wir jetzt die Schab. Da müssen wir jetzt mal das Geld raus holen. Von den Ecken. Und das haben wir früher mit den Garten. Und da brauchen wir noch ein paar Füße. Früher haben wir den Garten. Ein Hochschalter. Okay, schön. Ja. Ja. Jetzt. Jetzt, wenn wir das müssen. Ich weiß nicht, dass der Schaden nicht weht, weil es doch von der Grund aus war. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.